Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über hohe Erwartungen an Biontech, eine Eat-Truck-Fantasie und die große Gold-Rallye. Im Thema des Tages geht es um jene Unternehmen, die das Humankapital besonders gut anlocken. Und in der AAA-Idee stellen wir euch vier Chancenwerte aus der zweiten Reihe vor. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Schlaurin Mayer aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Montag, der 16. September. Wir wünschen euch einen ausgeruhten Start in die neue Woche. Ja und womöglich wird sie genauso gut wie die vergangene, denn die war ja auch fast schon grandios. Wir haben es in der Samstagsfolge schon erwähnt. Der DAX 2% zugelegt, gut 2%. S&P 500 4% und der Nasdaq 100 sogar fast 6%. Und wiederholt sich das, dann stehen die Zeichen, ja dann stehen sie definitiv auf goldener September. Ja, wobei so gut es an der Wall Street auch am Freitag aussah, besonders viel geredet wurde, vor allem über zwei Verlierer. Der eine ist der Photoshop-Hersteller Adobe, der für das vierte Quartal weniger Umsatz voraussagte als erwartet. Die Aktie, die hat deshalb 8,5% verloren. Und der andere ist, wieder einmal Boeing. Ja, als wären die Sicherheitsprobleme der vergangenen Monate nicht schon genug gewesen, lastet auch noch ein Streik auf dem Flugzeugbauer bei Boeing. Da soll laut der Gewerkschaft IAM die Produktion des meistverkauften Jets 737 MAX und anderer Flugzeuge in den Werken rund um Seattle und Portland zum Erliegen kommen. Und nach Meinung der Ratingagentur Moody's würde ein längerer Streik die Erholung des Flugzeuggeschäfts des Unternehmens beeinträchtigen. Klar, und die Aktie, die verlor daraufhin 3,7%. Deutlich besser sah es am Freitag bei der BioNTech-Aktie aus. Sie legte nämlich 18% zu. So einen richtig handfesten Grund gab es dafür zwar nicht, doch offenbar steckt dahinter die Erwartung, dass die Mainzer Firma beim gerade begonnenen wichtigen Onkologie-Kongress in Barcelona mit wichtigen und vor allem guten klinischen Studiendaten aufwarten wird. Womöglich werden wir heute schon sehen, ob diese Erwartungen berechtigt sind, denn der Kongress geht bis Dienstag noch. Also wenn da was kommt, dann muss das jetzt relativ fix passieren. Am späten Sonntagabend, da gab es noch News von Daimler Truck im November. Da will das Unternehmen mit der Produktion seines ersten batterieelektrischen Fernlasters namens E-Actros beginnen. Bisher gäbe es 2000 Bestellungen und wohl noch Absichtserklärungen von Kunden ebenfalls in vierstelliger Höhe. So hat der Lkw-Bauer das am Sonntagabend vor dem Start der Automesse IAA mitgeteilt. Die große Frage ist aber, ob sich der E-Truck wirklich durchsetzen wird. Der E-Actros, der bringt es mit einer Batterieladung auf 500 Kilometer an einem Tag, sind dann wohl auch Touren von über 1000 Kilometern drin, wenn man einen Ladestopp einlegt. Die Nutzlast, die ist aber wegen der voluminösen Batterie geringer als bei herkömmlichen Trucks. Und auch Anleger, die haben ja das Geschäft zuletzt eher skeptisch gesehen. Die Aktie, die liegt auf Jahressicht fast 10 Prozent im Minus. Und dann noch ein kleiner kurzer Blick weg von den Aktien. Denn am Rohstoffmarkt hat der Goldpreis seine Rekordjagd fortgesetzt. Und da er das abermals tut und immer wieder ist es hier auf jeden Fall der Rede wert. Der Preis für das Edelmetall ist allein am Freitag um nochmal fast 1 Prozent auf 2.581 Dollar je Feindunze gestiegen. Über die ganze Woche hat der Goldpreis sogar um mehr als 3 Prozent zugelegt. Ja, in einem Umfeld fallender Zinsen werde Gold als Investment immer interessanter. So erklärte das beispielsweise Alexander Zumpfe vom Edelmetallhändler Harreus am Freitag. Ja, gut möglich und ziemlich wahrscheinlich, dass das noch ein Weilchen so weiter geht. Lieber Laurin, du bitte mit den Terminen. Ja, das mache ich und endlich ist sie da. Die große Woche der Zinsentscheidung in den USA durch die FED. Und die Frage ist ja offenbar nicht mehr, ob es eine Zinssenkung geben wird, sondern um wie viel. Doch es gibt noch mehr wichtige Konjunkturtermine. Auch die Bank of England, die kommt mit ihrer Zinsentscheidung am Donnerstag, also einen Tag später. Daneben gibt es auch noch aktualisierte Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Nur an der Bilanzenfront, da bleibt es in dieser Woche doch ziemlich ruhig. Zu den Highlights, da gehören noch Kingfisher und FedEx und heute kommen Zahlen von Maya Burger. Die Stimmung in unserem Land ist ja, man kann es nicht so richtig schön reden oder gar nicht, ist schlecht, muss man so sagen. Die Wirtschaft stagniert, die Ampelkoalition kann sich auf quasi gar nichts mehr einigen. Und wir haben ja hier schon öfter darüber gesprochen, dass Unternehmen aus Deutschland zu dir in die USA gehen, lieber Laurin, und dann lieber dort investieren. Ja, das stimmt. Und dabei geht es ja auch längst nicht mehr nur um Standortentscheidungen, sondern auch um die Frage, wo die so begehrten Fachkräfte arbeiten wollen. Ob überhaupt noch in Hochsteuerländern wie Deutschland oder vielleicht doch eher in der Schweiz oder eben auch hier in den USA. Für die Unternehmen geht es da um einiges. Denn in vielen westlichen Industrienationen, da sorgt der demografische Wandel ja für Fachkräftemangel. Das wird dann perspektivisch zum Risiko fürs Geschäft und damit ja auch indirekt für euch Anleger. Wer es also schafft, die begehrten Fachkräfte zu gewinnen, bringt sich eine ziemlich aussichtsreiche Position für die Zukunft. Und deshalb wollen wir euch heute mal hier die weltweit begehrtesten und beliebtesten Arbeitgeber in den wichtigen Zukunftsbranchen vorstellen. Unser Weltkollege Tobias Kaiser hat dazu eine ganz aktuelle Umfrage ausgewertet und an der haben 144.000 Studenten aus den Bereichen Betriebswissenschaften, Ingenieurswissenschaften und IT aus neun der weltgrößten Volkswirtschaften teilgenommen. Unter anderem aus China, Frankreich, Deutschland, Indien, Großbritannien und natürlich auch den USA. Und durchgeführt hat die Umfrage des Unternehmens Universum und das gehört wie Welt zu Axel Springer. Und es berät Firmen dabei, wie sie für Absolventen attraktiver werden. Und für Deutschland gibt es da erstmal eine ziemlich gute Nachricht. Bei internationalen Studenten, da gehören deutsche Konzerne zu den attraktivsten Arbeitgebern weltweit. Das ist erstmal eine Überraschung angesichts der volkswirtschaftlichen Lage im Land. Die börsennotierten Unternehmen, die zu diesen attraktivsten Arbeitgebern gehören, sind zum Beispiel Adidas, Allianz, BASF, Bayer, BMW, die Deutsche Bank, Mercedes-Benz, SAP, Siemens und auch Volkswagen. Deutsche Unternehmen, die würden bei den Studenten als besonders innovativ gelten, heißt es in der Untersuchung. Tja, da leben wir also offenbar noch so ein bisschen von unserem Ruf vergangener Tage. Das klingt schon wieder so negativ. Der Ruf ist einfach noch gut. Ja. Nehmen wir es doch einfach mal so. Nehmen wir es doch einfach mal so mit. Nur amerikanische Unternehmen wie Apple und Google würde diese Eigenschaft noch häufiger zugesprochen, heißt es in der Umfrage. Und tatsächlich dürften auch starke Marken aus der Lebenswelt der Studenten eine erhebliche Rolle spielen. Denn in den Top 20 der Betriebswirte tauchen zum Beispiel die Sportartikelhersteller Nike, Adidas oder auch die Kleiderkette Sarah auf, die ja zum Modekonzern Inditex gehört. Aber auch der Kosmetikkonzern L'Oreal sieht dazu. Aber die begehrtesten Arbeitgeber, die unterscheiden sich je nach Fachrichtung der Studenten doch auffällig stark. Und hier kommen wir auch gleich zur schlechten Nachricht für deutsche Unternehmen. Denn gerade im so wichtigen Zukunftsfeld IT schneiden deutsche Firmen schlechter ab. Mercedes-Benz landet auf 13, BMW auf 17. Das sind jetzt immer noch gute Platzierungen, klar. Aber die Konzerne, die sind eben nicht ganz vorn dabei. Dort landen stattdessen die Tech-Riesen Alphabet, Microsoft, Apple und Amazon. Aber bei den Ingenieuren, bei den Ingenieuren, wo denn sonst, sind deutsche Unternehmen noch richtig gefragt. Unter den Top 10 Arbeitgebern hier in diesem Bereich landen gleich vier von den deutschen Unternehmen. Mercedes-Benz auf Platz 3, BMW auf 5, Siemens auf 6 und Volkswagen auf 8. Sieh da, sieh da. Wobei man hier nochmal darauf hinweisen muss, die Umfrage wurde natürlich vor den großen Sparmaßnahmen bei VW erhoben. Die sind ja noch nicht so lange her. Die Diskussionen darum dürften das Bild des Autobauers bei den talentierten Fachkräften beschädigt haben, denken wir. Insbesondere, weil VW ja seine Arbeitsplatzgarantie aufgekündigt hat. Ja und wie viel Verlässlichkeit zählt, das zeigt auch das Beispiel großer Beratungsfirmen wie Accenture, BCG oder PwC. Sie haben bei Studenten aller drei Fachrichtungen massiv an Ansehen verloren. Während des Tech-Hypes zu Beginn der Corona-Pandemie, da wurden dort ja viele neue Mitarbeiter eingestellt. 2023 dann aber kam die Kehrtwende. Einstellungsstops wurden verhängt und Angestellte ja sogar wieder entlassen. Und diese Volatilität, die ist für die Studenten derzeit besonders abschreckend. So heißt es in der Studie. Und das zeigen da eben auch die Antworten der Befragten auf die Frage, was ihnen bei künftigen Arbeitgebern denn besonders wichtig sei. Also vielleicht auch hier ein mahnendes Beispiel für Volkswagen. Über eine Gruppe haben wir hier noch nicht im Detail gesprochen, nämlich die Wirtschaftswissenschaftler. Auch hier sind die amerikanischen, die großen US-Tech-Konzerne vorn, wenn es um die Beliebtheit der Arbeitgeber geht. Aber eine ganz andere Branche findet sich ebenfalls ziemlich weit vorn, nämlich die Banken. JP Morgan liegt auf dem dritten Platz, Goldman Sachs auf sieben und Morgan Stanley auf zwölf. So, was bedeutet all das jetzt für euch Anleger? Wenn wir uns mal das Beispiel Mercedes anschauen, da ist die Aktie natürlich nicht zwingend ein Kauf, nur weil der Konzern in diesem Ranking jetzt überraschend gut abschneidet. Doch wie anfangs schon gesagt, Humankapital wird immer wichtiger. Und die Unternehmen, denen es gelingt, es in Zukunft dann in großer Menge auch an sich zu binden, denen gehört eben diese Zukunft. Insofern ist eine gute Platzierung in solchen Ranglisten sicherlich nicht schädlich für eine positive Zukunft an der Börse. Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt? Ich bin Wim Orts und ich nehme euch in meinem Podcast Aha History – 10 Minuten Geschichte mit auf Zeitreise. Jeden Montag und Donnerstag beantworte ich Fragen zur Vergangenheit. Und dabei geht es auch um Themen, die so ganz sicher nicht im Geschichtsunterricht vorkommen. Aha History – 10 Minuten Geschichte hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr auf welt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende Die AAA-Idee des Tages Es wird jetzt endlich mal höchste Zeit, mal ganz genau auf die Kleinen zu schauen, lieber Laurin. Wie ihr ja wisst, haben deutsche börsennotierte Firmen aus der zweiten Reihe in jüngster Vergangenheit unter diversen Problemen gelitten, der schlechten wirtschaftlichen Entwicklungen, der Konzentration der Investoren auf wenige große Unternehmen und schließlich natürlich auch unter den hohen Zinsen. Denn die Megakonzerne haben oft hohe Barbestände, während die kleineren ja deutlich mehr von Bankkrediten abhängig sind. Der DAX, in dem ja die 40 größten deutschen börsennotierten Konzerne versammelt sind, der legte über die vergangenen drei Jahre knapp 20 Prozent zu. Der MDAX, der der Größe nach dann folgenden 50 Unternehmen enthält, verlor dagegen rund 30 Prozent. Und der SDAX, der dann die nächsten 70 Firmen umfasst, der gab auch um über 20 Prozent nach. Ja, das ist echt schon eine klare, krasse Bilanz. Doch jetzt tut sich was, denn ein Problem der Kleinen wird kleiner. Die Europäische Zentralbank hat ja gerade zum zweiten Mal den Leitzins gesenkt und weitere Schritte sind in Sicht. Die Finanzierung wird nun also auch für die kleineren und mittleren Unternehmen günstiger. Und nun kommen immer mehr Anlagestrategen mit neuen Einschätzungen für genau diese Aktien um die Ecke. Und unser Weltkollege Frank Stocker, der hat sich mal bei diversen Vermögensverwaltern umgehört und er hat dabei einige interessante Aktienideen eingesammelt, die wir hier mal heute mit euch teilen wollen. Ganz genau. Und da fangen wir mal beispielsweise an mit dem Maschinen- und Anlagenbauer Dürr. Noch vor zehn Jahren, da war die Firma ja ein reiner Automobilzulieferer. Doch seitdem wurde das Geschäft diversifiziert. Ein Drittel der Umsätze stammt inzwischen aus dem Servicebereich. Ein großer Teil dieser Wartungsverträge bringt eben nicht nur sehr gute Margen, sondern läuft konstant über mehrere Jahre. Und positiv ist auch, das Unternehmen verfügt über eine gesunde Bilanz und bietet bei der aktuellen Bewertung langfristig ein ziemlich attraktives Kurspotenzial. Deutschland ist ja nach wie vor, trotz aller konjunkturellen Schwächen, für seine Hidden Champions bekannt. Also Unternehmen, die kaum bekannt sind, die aber in ihrem Markt weltweit führend sind. Und dazu gehören auch der Schmierstoffproduzent Fuchs, früher hießen die ja Fuchs Petrolup, und der Getränkeabfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Kronis. Beide Firmen sind nach Meinung der Vermögensprofis gut aufgestellt und mehrheitlich in Familienbesitz, was für Stabilität und eine langfristige Ausrichtung der Unternehmenspolitik spricht. Und ja, was die Experten für gute Voraussetzungen halten, vom besseren Börsenumfeld für Mittelgroße und Konzerne dann bald zu profitieren. Etwas überraschend mag die nächste Aktie. Es ist die des Softwareunternehmens Teamviewer. Ihr erinnert euch bestimmt, die Aktie war ja während der Pandemie rasant nach oben geschossen, doch danach kehrte ziemlich große Ernüchterung ein. Inzwischen halten viele Experten das Unternehmen aber wieder für attraktiv bewertet, bei gleichzeitig ganz solidem Wachstum. Außerdem werde Teamviewer regelmäßig als möglicher Übernahmekandidat gehandelt, heißt es. Und tatsächlich halten auch die meisten Analysten das Papier für aussichtsreich. Das durchschnittliche Kursziel, das liegt rund 40 Prozent über dem aktuellen Niveau. Diese vier genannten Aktien sind natürlich nur eine kleine Auswahl der Chancen, die jetzt womöglich wieder in der zweiten Reihe auf euch warten. Aber sie sind stellvertretend für die Art von Unternehmen, die künftig von den Investoren wieder eher beachtet werden. Und wir haben hier heute mit den Sachen Beachtung und Fokus draufwerfen, heute einfach schon mal den Anfang gemacht. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an aaa-at-welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und natürlich gab es wieder jede Menge Feedback zu unserer Samstagsfolge. Und ich persönlich mag es ja, wenn unsere Gäste polarisieren. Und Thomas Rappold hat, so viel steht fest, der hat polarisiert. Ja, absolut. Ihr habt mal eine kleine Auswahl eurer Reaktionen. Alois schreibt zum Beispiel, vielen Dank für die super Folge am gestrigen Samstag. Eine der besten bisher, wie ich finde. Svenja wiederum meint, der Zitat, Warren Buffett für Tech, da dachte ich mir schon tief stapelt, der schon mal nicht, ist für mich wirklich unerträglich. Also das genaue Gegenteil von dem, was Alois meint. Und Bernhard, der schreibt, die Sendung war sehr, sehr gut. Keine Minute langweilig. Viele neue Aspekte von einem Insider. Selten habe ich so lange so konzentriert zugehört. Und Holgers Fazit lautet einfach nur, für mich Hanebüchen. Ja, das ist wirklich bezeichnet und sehr, sehr interessant. Mein Fazit lautet, Typen wie Thomas Rappold, an denen sich die Geister ganz offenbar scheiden, die bringen Leben in die Bude und Vielfalt und Diskussion in diesem Podcast. Und so soll es doch sein. Und wenn euch das so gefällt wie vielen anderen, dann abonniert uns gern, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.